Gesundheit ist das Alpha und das Omega. Spannende Topics, gehaltvolle Experten-Talks, faszinierende Insights. CyberHealth, dein Podcast zu den wirklich wichtigen Themen. Mit deinem Gesundheitsengel und Gastgeber Tom Dederichs. Hallo und ein weiteres Mal ganz herzlich willkommen zum CyberHealth Podcast. Mit mir Tom und ich freue mich, dass ich heute wieder euer Gastgeber sein darf und nicht nur eurer, sondern ein weiteres Mal der Gastgeber für einen sehr interessanten Menschen mit einem sehr, sehr interessanten Thema. Dazu möchte ich euch jetzt gleich eine kleine Einstiegsimpression geben. Das Motto dieses Menschen, und das lege ich ihm natürlich jetzt in den Mund, könnte vielleicht sein, egal was dir im Leben geschieht, eins ist ganz wichtig, werde nie sauer. Ja, oder aber auf eine Kurzformel gebracht, Power statt sauer, denn so heißt auch sein Buch. Und unter diesem Motto freue ich mich ganz herzlich, heute den Roland Jetschura begrüßen zu dürfen. Roland, schön, dass du da bist. Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, da zu sein. Sehr gerne, sehr gerne. Ja, wir haben ja im Vorfeld ein bisschen gesprochen und du weißt, der CyberHealth Podcast steht natürlich für Gesundheit, so im Allgemeinen. Ja, unser Thema ist insbesondere natürlich die digitale Ebene von Gesundheitsangeboten und all das, was man da machen kann. Aber da beschränken wir uns nicht, sondern wir brechen das immer wieder gerne auf und Gesundheit ist ja auch ein ganzheitliches Thema auch in unserer Gesellschaft. Jetzt kommst du mit einem Topic, mit einer Agenda, mit einem Unternehmen auch, dann gehen wir gleich näher darauf ein, das mit Gesundheit natürlich extrem stark verknüpft ist, möglicherweise sogar, ich glaube, man könnte es so sehen, eine der Basiszutaten für Gesundheit ist. Ja. Ja, bevor wir da jetzt gleich einsteigen, würde ich dich bitten, doch mal so ganz kurz dich vorzustellen, damit die Zuhörer einen kleinen Eindruck davon bekommen, wer du denn bist. Okay, ja, mein Name, Roland Jens Schura, noch 51 Jahre alt, verheiratet, zwei Kinder, bla bla bla. Selber das Thema Säure-Basen-Haushalt schätzen und lieben gelernt über meine Veranlagung zum Neurodemytiker. Ja, ich habe kleiner Zahlendreher, als ich mal so 15 war, so lange her, ich habe so viel Mist in mich hineingestopft, was ich mir dann halt wieder rauskratzen durfte und dann geht mir den klassischen Weg erstmal zum Doktor und was machen wir denn da und da gibt es eine schöne Kortisonsalbe und das war's, hat aber nicht wirklich geholfen. Ja und so bin ich dann aus dem Leiden zur Leidenschaft da gekommen, mich mit meiner Ernährung überhaupt erstmal zu beschäftigen, dann mit dem Säure-Basen-Haushalt zu beschäftigen, habe dann Ernährungswissenschaft studiert und bin jetzt seit über 20 Jahren im Thema Säure-Basen-Haushalt unterwegs und das ist zentral, genau wie du gerade gesagt hast Tom, ist zentral für die Gesundheit. Das war vor ein paar Jahrzehnten noch nicht so gut das große Thema, da waren wir noch sehr viel näher an der Natur dran. Mittlerweile haben wir uns mit unserem Ernährungs- und Lebensverhalten da so weit von entfernt, dass uns ja die Probleme um die Ohren fliegen und wie du gesagt hast, Leute, ja werdet bloß nicht sauer, ich sage immer bleibt basisch, denn sauer bleiben gerade ohne das zu wissen unwahrscheinlich viele im wahrsten Sinne des Wortes auf der Strecke. Also gerade Sportler bleiben da auf der Strecke, aber es ist wirklich ein sehr, sehr großes gesellschaftliches Problem. Ja, gut. Ja, danke schon mal für die einleitenden Worte zu deiner Person und zum Thema auch. Jetzt sind mir zwei Dinge schon aufgefallen, die mir das Ganze sehr nahe bringen. Das, was du gerade gesagt hast, ist eins davon, nämlich, dass du im Prinzip aus deiner eigenen Lebenserfahrung heraus mit diesem Thema in Kontakt geraten bist. Ich glaube, das ist ein guter Weg und ich glaube, möglicherweise ist das sogar der einzige belastbare Weg, den Menschen gehen, wenn sie Themen für sich entdecken und sie ihre Lebensaufgabe machen, dass sie da eigene Berührungspunkte, oft natürlich dann auch den Schmerz in bestimmten Bereichen hatten. Das geht mir zum Beispiel mit dem Thema Rücken so, aber das ist eine andere Geschichte. Und das Zweite, was sich am Thema Säurebasen, was mich da sehr anspricht, und das wirst du möglicherweise gar nicht unbedingt bestätigen gleich, bin ich sehr gespannt. Also ich kenne dieses Thema schon lange. Ich habe dir erzählt, meine Mama war Heilpraktikerin und das Thema Säurebasengleichgewicht, ich kann dir gar nicht sagen, wie lange, wir sind ungefähr gleich alt, aber es sind einige Jahrzehnte, glaube ich. Wenn es um das Thema Gesundheit geht, dann ist heutzutage die Welt voll mit Konzepten, die fürchterlich kompliziert sind. Also es ist immer eine Wissenschaft. Manchmal hat man den Eindruck, um gesund leben zu können, muss man eigentlich zwei oder drei Studiengänge absolviert haben, weil sonst hat man gar keine Chance. An diesem Säurebasenkonzept gefällt mir, dass das, auch wenn natürlich die Einflussgrößen, über die wir ja gleich sprechen, vielfältig sind, dass es trotzdem eigentlich ein einfaches Konzept ist. Fast so ein bisschen Yin und Yang. Ja? Ja, kann man wirklich so sagen. Ja. Weil wir brauchen auch Säuren. Ja, das ist auch ein so Punkt. Genau. Und vom Prinzip her, also ich habe ja jetzt auch, ich sage mal, fast fünf Jahre studiert, bin seit über 20 Jahren in dem Thema drin. Das Thema ist wirklich riesig. Man kann das so studieren, aber wenn man es runterbricht, was es für den Alltag bedeutet, ist es genauso, wie du sagst, eigentlich ziemlich simpel, so ein bisschen, wie alle sagen, back to nature. Eigentlich back to the root, sich mal bewusst zu machen, wo kommen wir her? Wie haben wir uns über Jahrtausende verhalten? Wie haben wir uns ernährt? Wie haben wir uns darüber auch zu dem entwickelt, was wir heute sind? Und darüber kann man es ja relativ simpel runterbrechen, dass man sagt, hey, erstmal brauchst du mal ganz vorneweg so ein paar Liter Wasser, um das System mal gut durchzuspülen, sauber zu halten. Dann brauchst du im Schwerpunkt, aber du brauchst es wirklich, das wird absolut unterschätzt, du brauchst halt, ich sage mal, einen Haufen Gemüse, weil das war immer der Schwerpunkt der Ernährung, weil die Pflanze konnte nun mal nicht weglaufen. Das Viech, wenn wir es denn erwischt hatten, sage ich jetzt mal, meistens war es ja umgekehrt, wir standen ja die meiste Zeit unserer Entwicklung am Ende der Nahrungskette und wurden eher gefressen als umgekehrt. Und ja gut, ab und zu haben wir da auch mal was gefuttert, muss man nicht, kriegen wir auch pflanzlich hin. Aber diesen Schwerpunkt zu setzen, da sage ich einfach, hey Leute, esst Gemüse und dann ist eigentlich die Botschaft da auch schon durch. Dann müssen wir uns aber ganz massiv bewusst machen, wir müssen uns verdammt viel bewegen, weil wir uns über Jahrtausende jeden Tag mehr oder weniger den ganzen Tag bewegt haben. Das brauchen wir, das ist auch ganz, ganz wichtig für einen Säurebasenhaushalt. Und im Sinne der Säuren, die zwar so jetzt erstmal nicht angenehm sind oder auch auf Dauer, wenn es ein chronischer, wenn es ein Zustand wird, auch wirklich schädlich sind, aber wir brauchen erstmal diese säure Spitze, sage ich jetzt mal, insbesondere über den Sport, der ja in die Übersäuerung hineinführt. Also wenn wir richtig trainieren, dann ist das, und auch wichtige Botschaft von meinem Buch, dann ist das erstmal ein schöner Vollsschaden für den Körper. Wenn ich richtig hardcore trainiere, ist das ein Vollsschaden. Aber das ist genau richtig so, weil das ist für uns Menschen der Reiz zur Regeneration. Das ist genial. Da wo Maschinen verschleißen, sage ich immer, wir Menschen können regenerieren, wir sind so programmiert. Und da kommt der Spruch ja auch her, man wächst an seinen Widerständen. Also unser Körper, unsere Knochen, Muskeln, Sehnen, Bänder, also insbesondere der ganze Bewegungsapparat, aber natürlich auch Verdauungsapparat, der passt sich permanent den äußeren Umständen, Widerständen, passt der sich an. Und wenn ich nicht trainiere, verabschiedet sich mein Körper und meine komplette Lebensqualität so schnell wie ein Gipsbein, von dem nach ein paar Wochen nicht mehr viel übrig ist. Und von daher brauchen wir auch die Säure, aber unterm Strich muss unser Organismus, du hast gerade das Gleichgewicht, Balance, ja wir brauchen beide Seiten, aber das Basische muss gewinnen, weil insbesondere unser Blut muss immer und unter allen Umständen basisch bleiben, weil nur in dem leicht basischen Bereich von 7,35 bis 7,45 kann das fließen, zirkulieren und kann die Billionen Zellen, aus denen wir bestehen, mit Sauerstoff und Nährstoffen versorgen und auch die ganze Kohlensäure, Milchsäure, Harnsäure, Essigsäure, Entschuldigung, diese ganzen sauren Stoffwechsel-Endprodukte halt auch abtransportieren. Das läuft alles übers Blut und deswegen ist der Säure-Basen-Haushalt so zentral. Also ich kann ohne Übertreibung sagen, hier geht es schlichtweg um unser Leben. Da ist der Säure-Basen-Haushalt drauf ausgerichtet, weil wenn es nicht basisch ist, dann fließt es nicht mehr und dann geben wir sehr schnell den Löffel ab. Okay, das wird deutlich, wir gehen da ja gleich noch näher drauf ein. Jetzt hast du zwei Begriffe genannt, die wir ja nicht durcheinander werfen dürfen, nämlich einmal Bewegung und einmal Sport. Da würde ich gerne gleich nochmal drauf eingehen, was denn der Unterschied ist. Das wurde gerade schon so ein bisschen von dir ja auch angerissen. Aber bevor wir jetzt tiefer ins Thema einsteigen, werden wir Zuhörer und ich möchte dir natürlich noch ein bisschen catchen. Und Menschen catchen kann man, indem man ihnen aufzeigt, dass es sie betrifft, über das man hier spricht. Und deswegen wäre meine erste Frage jetzt mal, woran merke ich denn überhaupt, dass ich sauer bin? Ja, super Frage, danke. Wir kommen eben kurz zurück auf das Blut. Wie gesagt, das muss immer basisch bleiben. Dafür haben wir den Säure-Basen-Haushalt, der darauf ausgerichtet ist, mit allen Puffersystemen und mit den Ausscheidungsorganen, so Niere, Entgiftungsorganen, Leber, die Lunge, da atmen wir ab und Lymphe. Also mit all den Organen, da steckt noch sehr viel mehr dahinter, zielt immer darauf ab, das Blut muss basisch bleiben. Heißt, ich kann es nicht mal eben schnell messen in den sogenannten pH-Werten. Weil er meinen Körper sofort immer permanent kompensieren muss. Er muss irgendwie Puffer und irgendwie ausgleichen. Das bedeutet, wenn ich Blut untersuche, das wird immer basisch sein, weil es muss so sein. Der Körper sorgt dafür. Ich muss also irgendwas anderes mehr angucken, um festzustellen, wie denn der Zustand ist. Genau. Weil der Körper entwickelt bei diesem Kompensieren, bei den Puffern der Säuren, wenn es im Übermaß ist. Am Anfang schafft er das. So ist er über Jahrmillionen ausgerichtet. Säuren, wie ich gerade sagte, über den Sport, auch über den Stoffwechsel, die entstehen immer. Das kennt er. Und die genannten Organe, Leber, Niere, Darm, Lunge und so weiter, die schaffen das so alles erst mal. Aber ab einem gewissen Grad der Übersäuerung, die nicht im Blut landen darf, kommt dann zum Beispiel, je nach Veranlagung, das ist auch meine Veranlagung, kommt für Millionen Menschen die Haut als Ausscheidungsorgan ins Spiel. Im Blut bleibt alles in Ordnung. Bei mir war im Blut, der Doktor hat reingeschaut, alles wunderbar während meiner Neurodermitis. Neurodermitis, alles wunderbar im Blut, weil ich alles über den Schweiß ausgeschieden habe. Das wurde dann bloß so ätzend, dass es mir wirklich die Hautstrukturen verätzt hat. Und das ist dann halt Neurodermitis. Ja, also da, wenn die Haut als ein Beispiel aktiv wird, dann wird geschwitzt bis Neurodermitis. Andere nach der Veranlagung und nach dem, was sie essen, bekommen dann halt Pickel und Akne. Und die wieder andere bekommen nach ihrer Veranlagung und je nachdem, wo die Säuren herkommen, bekommen dann Schuppen und Schuppenflechte. Da wird also die Haut sehr aktiv. Hier ist ein Riesenmissverständnis in der Gesellschaft. Weil das natürlich alles keinen Spaß macht, unterdrücken wir das. Und dann geraten wir drinnen immer mehr im Rückstau, insbesondere erstmal im Bindegewebe. Das kann zum Schutz des Blutes unwahrscheinlich viele Säuren, jetzt auch gerade nach dem Sport, kann das unwahrscheinlich viele Säuren binden und puffern. Ohne jetzt in die genauesten Strukturen hineinzugehen. Weil es ist das sogenannte Bindegewebe, was wir überall im Körper haben, das puffert unwahrscheinlich viel. Also das bindet nicht nur die Gewebe aneinander, sondern es kann auch zum Binden von Schadstoffen so bezeichnet werden. Ja, die Strukturen sind genau darauf ausgerichtet, auch Säuren zu binden, damit das Blut basisch bleibt. Hier wird dann bloß Wasser verdrängt, das Bindegewebe, wenn wir Pech haben, haben wir dann so ein paar Bollen auf einmal im Bindegewebe, weil das Wasser da verdrängt worden ist. Irgendwann sinken dann dort die pH-Werte. Und da, das ist auch durchaus gemessen worden, also hier kann man, aber das ist sehr schmerzhaft, wenn man im Muskel die pH-Werte messen möchte. Das kann man, ist auch gemacht worden. Studien liegen vor, hier sinken dann die pH-Werte. Da wird es dann problematisch, wenn wir zum Beispiel den Knochen nehmen, auch sehr gut erforscht, unterhalb von so einem pH-Wert von 7,2 werden dann die Knochenklauenden Osteoklasten aktiv. Und bauen bei lebendigem Leibe gnadenlos den Knochen ab, um dort Calcium und Phosphat freizusetzen, weil das sind Puffer für Säuren. Und das ist jetzt nur ein Mechanismus. Und die Regeneration wird dann natürlich komplett eingestellt. Also die Osteoblasten, die aufbauen wollen, die werden gebremst, schlichtweg über pH-Werte. Also an der Stelle, Knochenstoffwechsel ist gnadenlos, pH-Wert gesteuert. Genauso auch unser Knorpelstoffwechsel. Wenn es da relativ gesehen zu sauer wird, wird die Knorpelregeneration eingestellt. Knorpel, du sagtest gerade Rücken, Bandscheiben, Knorpel wird immer weicher, fasert auf und verliert seine Stabilität, Funktionalität. Also hier wird entmineralisiert, das ist so der zweite Bereich. Wie man es dann greifen kann, wie gesagt nicht messen kann, auch messen kann im Gewebe jetzt, aber wie man es dann greifen kann, wir nennen das, ist auch Veranlagung, was dahinter steckt. Den Entmineralisierungstyp, diesen Strukturverzehrer, da wird Bindegewebe, da wird der Haarboden, merkt man dann gerade so bei Krebs und Chemotherapie, ruckzuck sind die Haare weg, weil das ist auch Säurebasenhaushalt. Und da holt er die Mineralstoffe her, er holt es aus den Knochen, er holt es aus den Zähnen, ist auch eine, jede Hebamme kennt eigentlich diesen Spruch, jedes Kind kostet dich einen Zahn. Das Kind will in neun Monaten fertig sein. Wenn sich die Mama gut ernährt, wunderbar, dann kommt es daher. Aber wenn die Mama sich nicht gut ernährt, dann holt das der Körper gnadenlos aus den Mineralstoffdepots und da kommt dieser Spruch her, jedes Kind kostet einen Zahn. Wobei das noch ein günstiger Tausch wäre. Ja, ist schade für die Mama, aber diese ganzen Probleme rund um Schwangerschaft sind zum Beispiel über den Säurebasenhaushalt sehr leicht verständlich. Also hier wird wirklich, ja hier wird aufgefressen, die Säuren entmineralisieren mich, die fressen mich auf. Wie ist das mit Osteoporose? Gibt es da auch Erkenntnisse? Ja, das ist dieser gerade sogenannte, der Knochenstoffwechsel, der sehr gut erforscht ist, nennt sich Osteoporosa jetzt genau, das Kind nochmal beim Namen genannt. Also Osteoporosa hat tatsächlich auch ihren Ursprung in diesem Ungleichgewicht? Auch, auch. Also hier sehen wir immer, wenn wir ganzheitlich da drangehen, wir brauchen den Sport, diese Belastung, brauchen wir als Reiz zur Regeneration. Dann brauchen wir natürlich Material. Das bekannteste ist erstmal das Calcium. Aber wir brauchen auch viele Aminosäuren, weil der Knochen ist so aufgebaut eigentlich wie Stahlbeton. Der Beton, das ist das Calcium, aber das Stahl, oder der Stahl, Entschuldigung, was den Knochen so richtig stabil hält, ihm aber auch eine gewisse Flexibilität, Elastizität gibt, das sind die Kollagenfasern aus den Aminosäuren. Also die braucht er auch unbedingt. Damit das Ganze aufgebaut werden kann, braucht mein Stoffwechsel dann aber zum Beispiel Vitamin D, sollte mittlerweile bekannt sein. Wir brauchen für die Kollagenfasern, also überhaupt für straffes Bindegewebe, für stabile Sehnen, Muskeln, Bänder, für diese Eiweißstrukturen, Kollagenfasern, brauchen wir zum Beispiel Vitamin C. Das ist ja auch heute ein Riesenproblem, weil wir diese ganze Pflanze, Gemüse, nicht mehr essen. Nicht in den Mengen, wie wir es bräuchten, um hier an der Stelle auch überhaupt nur regenerieren zu können. Wir brauchen nur noch Chrom, Vanadium, ganz, ganz viele Spurenelemente, Mineralstoffe. Also wir brauchen die ganze Palette der pflanzlichen Vitalstoffe, damit mein Stoffwechsel dann aus den Bausteinen den Knochen regenerieren kann. Also es ist wirklich dieses Zusammenspiel von allem und die Verbindung zwischen allem schafft dann wieder die gute Durchblutung, weil sonst kommt kein Material, sonst kommt kein Sauerstoff und sonst, oder beziehungsweise da kommt dann der Spruch her, Sitzen ist das neue Rauchen. Das ist Säure-Basen-Auszeit, das ist Säure-Basen-Auszeit, auch wieder. Wir haben ja einen Kurs, Endlich-Nicht-Raucher, vielleicht sollten wir auch mal einen Kurs anbieten, Präventionskurs, Endlich-Nicht-Sitzer. Endlich-Nicht-Sitzer. Gar nicht so als Spaß jetzt, ich glaube wirklich, das machen wir ja, wenn wir Menschen zur Bewegung anhalten wollen, aber tatsächlich ist es ja so, und da komme ich jetzt nochmal auf das Thema von eben zurück, wir propagieren in unserer Gesellschaft sehr viel mehr den Sport als die Bewegung, habe ich den Eindruck zumindest. Also wenn Menschen gefragt werden, tust du irgendwas für deine Gesundheit? Ja, ja, ich mache Sport. Aber wenn du einen Schritt weiter gehst, okay, das ist schön, aber was machst du denn in deinem Alltag? Wie bewegt ist denn dein Alltag? Dann ist da oft zu wenig. Zu wenig, genau. Zu wenig, ja. Sage ich auch, es sind auch einzelne Kapitel hier in dem Sinne, als das teilweise zu viel, im Sinne von vielleicht zu extrem, weil wir natürlich versuchen, die meisten haben das schon im Hinterkopf, dass wir sagen, ich habe mich heute nicht gut ernährt, ich habe zu viel rumgesessen, jetzt mache ich mal Sport, komme jetzt eben eine Stunde Hardcore. Und da entstehen natürlich extrem viel Säuren bei. Meistens habe ich dann auch noch was kaputt gemacht, spätestens mal Muskelkater, was ja Mikroverletzungen sind, sage ich, ey, hier hat das Gewebe wirklich gelitten. Und wenn ich das aber kombiniere, diesen relativ gesehen zu viel, zu intensiven, zu extremen Sport, in Kombination mit zu wenig Bewegung, der Schuss geht mittlerweile, spätestens wenn die Ernährung, die schlechte Ernährung dann noch dazukommt, geht der Schuss mit dem Sport leider voll nach hinten los, liegt nicht am Sport, Sport liefert uns den Reiz zur Regeneration, aber ich habe dann durch den Bewegungsmangel schlichtweg nicht die Durchblutung. Das ist den wenigsten bewusst, also den Spruch, sitzen ist das neue Rauchen, den kennen noch viele. Aber sie wissen nicht, was dahinter steckt, sie wissen nicht, wie wirklich schädlich rumsitzen ist, weil jetzt, wenn ich jetzt kurz aushole, unser Herz-Kreislauf-System hat sich ja über Jahrtausende nach dem entwickelt, was wir getan haben, sprich, dass wir von morgens bis abends uns bewegt haben. Unser Herz als zentrale Blutpumpe ist gar nicht darauf ausgerichtet, die komplette Durchblutung sicherzustellen. Unser Herz ist mehr oder weniger darauf ausgerichtet, das Blut nur in den Körper hineinzupumpen, dass das wieder zurückkommt, gerade aus unseren Beinen wieder hoch, gegen die Schwerkraft wieder hoch. Dazu braucht es Bewegung, die hatten wir über Jahrtausende. In dem Moment, wo sich der Muskel anspannt, drückt der auf die Venen und auch auf die Lymphe, beides unsere Reinigungs-Entsäuerungssysteme. Und wenn der Muskel da drauf drückt, wenn Bewegung da drauf drückt, öffnen sich in beiden Systemen die Klappen, also die Venenklappen und die Lymphklappen öffnen sich durch den Druck und so kommt das Blut wieder zurück zum Herzen. Wenn wir rumsitzen, versackt das Blut in den Beinen, es kommt zu wenig Sauerstoff hin, zu wenig Nährstoffe hin und die ganze Kohlensäure, Milchsäure, Harnsäure, Essigsäure, die sauren Stoffwechselendprodukte werden nicht abtransportiert. Wir sind gerade in unseren Beinen nur vom Rumsitzen unterversorgt und übersäuert. Und das macht halt Raucherbeine. Da kommt der Spruch her. Und da hilft mir jetzt der Sport auch nicht weiter, wenn ich auf so ein Gewebe... Und wenn ich jetzt nochmal denke, viel intensiver oder ein noch größeres Problem mit dem Bewegungsmangel haben unsere Gelenke, weil die sind gar nicht durchblutet. Wenn ich Gelenke nicht bewege, habe ich da drin keinen Stoffaustausch. Das heißt, der Sauerstoff, der da drin ist, den ich immer in meinen Geweben brauche zur Energiegewinnung. Deswegen atmen wir die ganze Zeit, weil wir immer Sauerstoff brauchen und die Kohlensäure muss raus. Er hat immer zwei Seiten. Wenn ich mein Gelenk nicht bewege, ist der Sauerstoff relativ schnell weg. Stattdessen voller Kohlensäure. Dann stellt meine Energiegewinnung um auf die sogenannte Anaerobe-Energiegewinnung, also ohne Sauerstoff. Dabei entsteht dann auch noch sehr viel Milchsäure. Die pH-Werte sinken. Die ganze Regeneration wird eingestellt. Vom kollagenen Fasern, vom Knorpelgewebe, von den Bandscheiben. Also alle Gelenke sind davon betroffen, weil sie halt nicht durchblutet sind. Sie werden weich, der Knorpel fasert auf. Und bei sinkenden pH-Werten kristallisiert, weil auch die reichert sich an, kristallisiert die Harnsäure sehr gerne aus. Und dann haben unwahrscheinlich viele Sportler, überhaupt alle Menschen, Entschuldigung, die haben dann Harnsäure-Kristalle, richtige Kristalle in den Gelenken drin. Weiß man vom Punktieren her. Kann man uns das Mikroskop schicken und dann sieht man da, du hast wirklich Sand im Getriebe. Die Säuren sind auskristallisiert. Entzündliche Prozesse. Die kommen dann danach, weil die Harnsäure, die auskristallisierte Harnsäure, überhaupt in allen Geweben, das war jetzt halt nur mal das Gelenk, um es greifbar zu machen, weil du hast ja gerade auch gefragt, woran merke ich denn jetzt, dass ich übersäuert bin? Ja zum Beispiel, dass die Säure auskristallisiert. In der Niere, gleicher Prozess, wenn da die Säuren hochkonzentriert sind, kristallisieren die aus, dann bekomme ich Nierensteine, da habe ich Blasensteine. Im Gelenk nennt sich das Gicht, in der Ader nennt sich das Atherosklerose. Da kommen natürlich noch die schlechten Fette von der Ernährung und so weiter. Es kommt da alles so zusammen. Das heißt, es lagert sich ab, sehr gerne, bevorzugt auch im viszeralen Fett. Viele von den Schadstoffen werden dort abgelagert. Und das ist auch dieser eine große Bereich, wo ich auch noch merke, mal abgesehen von diesen Ausscheidungen, von den Hautproblemen, die wir bekommen, von diesem Strukturverzehr, von der Entmeleralisierung, was wir gerade besprochen haben, ist das hier der dritte Bereich, wo dran ich merke, dass da jemand langfristig chronisch übersäuert ist, ist dieser Bereich der Ablagerung, dieser Versalzungen, der von uns so genannten, der Begriff ist in dem Fall super, der Verschlackungen. Säuren kristallisieren aus, lagern sich im Körper ab an Stellen, wo sie definitiv nicht hingehören. Okay, also wenn wir das mal zusammenfassen, dann würde ich das so machen, Ernährung, basische Ernährung ist eine Vorbereitung auf den Sport. Sport, Bewegung ist eine Regenerationsunterstützung vom Sport, nach dem Sport. Also was ich zum Beispiel, in meinen Spinningkursen mache ich ja am Ende immer eine aktive und eine passive Regeneration oder Cooldown. Perfekt, perfekt. Und das Bild, was ich benutze, passt genau zu dem, was du sagst, ich sage den Leuten, wir müssen aufräumen jetzt. Und an einer Party räume ich am besten direkt auf, weil sonst wache ich am nächsten Morgen auf und habe den ganzen Trümmer da liegen. Ja, ja, ja. Und das ist das, was wir in den Belastungen oder nach den Belastungen machen, Spinning. Dann, sehr viel Säure, viel Laktat. Ganz viel Laktat, ja. Und das radeln wir dann raus aus der Muskulatur. Genau. Mit Spannung auch noch, damit die Muskelpumpe in den Beinen eben tatsächlich agiert auch. Genau, die venöse Muskelpumpe, die transportiert dann reichlich ab. In der individuellen, das ist das so von Polar und so weiter, diese Own Zone. In der individuellen, perfekten Pulsfrequenz baue ich mehr Laktat ab, transportiere es ab, als nichtsdestotrotz ein bisschen auch gebildet wird. Aber ich komme dann wieder von der Säure runter. Es ist aber auch vorher für viele schon ganz wichtig, weil wenn wir uns bewusst machen, wir haben den ganzen Tag im Büro gesessen oder im Außendienst oder irgendwo oder Studenten oder in der Uni oder sonst wie das in der Schule, wir haben den ganzen Tag rumgesessen, dann hatten wir den ganzen Tag diese Unterversorgung und Übersäuerung in den Beinen. Das heißt, viele kommen schon unterversorgt und übersäuert zum Sport hin. Deswegen finde ich das auch noch ganz wichtig, das System am Anfang langsam hochzufahren. Absolut. Viele merken auch, das ist auch so ein Indikator der Übersäuerung, die merken auch ganz am Anfang, wenn sie diesen Stau vom Tag in Schwung bringen, das ist bei mir auch, wenn ich so auf den Krosser gehe oder aufs Rad, dass ich merke, nach 20, 30 Sekunden merkt man aber, jetzt brennt es so ein bisschen in den Muskeln, weil die schlagen da schon mal Alarm. Die sagen, hallo, hier sind viele Säuren unterwegs, wir haben da Rezeptoren für. Und wenn der Muskel brennt, ist das so ein Zeichen auch von Übersäuerung, aber dieser akuten, wirklich messbaren dann, von unseren Nerven messbaren Übersäuerung. Und insofern ist das da genial, am Anfang auch gerade, wer lange gesessen hat, das System so ein bisschen mal fünf Minuten lang, zehn Minuten lang hochzufahren, dass frischer Sauerstoff und Nährstoffe nachkommen, der Rückstau vom Tag an Säuren erstmal rauskommt und deswegen achten so viele auf die Pulsfrequenz, weil es sind schlichtweg zu viele tot vom Fahrrad gefallen. Ja, Sport ist Mord, wenn die Säuren im Blut landen, kann da wirklich Schluss sein. Und da haben die natürlich Wochen und Monate und Jahre teilweise vorher was falsch gemacht. Also wenn ich jetzt, ist aktuell gerade so ein Riesenthema, wo sie sagen, plötzlich und unerwartet ist XY, dann auch leider oft zufällig beim Sport, weil sie sich da den Rest geben. Aber ich sage, plötzlich und unerwartet, wenn wir auf diese Symptome mal drauf achten, wenn wir sie verstehen, was uns die Haut sagen möchte, was uns die Schmerzen sagen möchte, was uns die Ablagerung sagen möchten und was uns das alles sagen möchte, dann war es eigentlich lange, lange, lange angekündigt, aber viele gehen halt mit einer Schmerztablette drüber weg, bis es dann wirklich knallt. Und das ist eigentlich unnötig. Schade. Schade auch für den Sport. Aber das ist genial. Ja, ich sage ja immer, also ich komme ja aus der Fitnessbranche und ich sage immer, Fitness ist kein Sport, weil bei Fitness sollte es eigentlich darum gehen, dem Körper gerecht zu werden und nicht den Körper zu benutzen, um irgendeine Disziplin möglichst leistungsorientiert zu erfüllen. Das ist für mich so ein entscheidender Perspektivwechsel. Ja, super. Deswegen passiert es mir, glaube ich, auch, dass ich relativ häufig von Menschen höre, die begeistert Fitness machen. Boah, in der Schule war Sport für mich immer Horror, weil sie sich immer messen mussten mit irgendjemand anderem und jetzt plötzlich was für sich entdeckt haben. Aber gut, trotzdem auch bei Fitness, wie ich meine, wir kennen es alle, idealerweise wäre es ja so, neben dem Aufwärmen direkt im Fitnessclub vor dem Training, könnte ich ja auch mit dem Fahrrad zum Studio fahren und bin dann schon vorbewegt. Aber was machen die Leute? Am besten in der Feuerwehrzone direkt vor der Eingangstür parken, weil nirgendwo anders mal was frei ist, beziehungsweise ich sonst 50 Meter gehen müsste zum Club. Okay, aber das ist ja schon ein guter Appell vielleicht, darüber mal nachzudenken. Jetzt, bevor wir gleich mal nochmal ein bisschen auf dein oder euer Unternehmen eingehen und was ihr da so Schönes macht, würde ich gerne noch ein Thema mit dir besprechen. Wir haben jetzt Bewegung, Sport fokussiert, aber ein Thema, was immer zum Jahresbeginn wichtig ist für viele Menschen, abnehmen. Und das ist ja ein direktes Stoffwechselthema und Stoffwechsel ist ja ein wichtiger Aspekt, wenn nicht der Aspekt bezüglich Säurebasenhaushalt. Ja, weil das eben so ein populäres Thema immer wieder ist und das hängt ja auch mit der Entwicklung in unserer Gesellschaft und vor allen Dingen mit der Ernährungsentwicklung in unserer Gesellschaft zusammen und der Bewegungsentwicklung natürlich auch, hängt ja zusammen. Jetzt nochmal ganz gezielt meine Frage, wie denn da die Zusammenhänge sind. Also wenn Menschen zum Beispiel das Gefühl haben, Mensch, ich tue doch eigentlich alles, um Gewicht zu verlieren, aber das passiert irgendwie nicht. Ja, das ist die Perspektive Kalorien. Die ist ja auch heute erstmal mehr als berechtigt. Wir essen viel mehr, als wir verbrennen und das geht natürlich ins Gewicht. Aber was viele nicht im Plan haben, ist, dass auch Säuren und Schadstoffe, wenn sie sich ablagern, natürlich ins Gewicht gehen und schlimmstenfalls vierfach, nämlich die Säuren, die ja nicht in den pH-Werten messbar werden dürfen, also die Säuren müssen dann neutralisiert werden. Also Säure plus Mineralstoff bildet dann ein Salz, ein neutrales, ein pH-neutrales Salz. Salz bindet Wasser, weil sich viele auch wundern, warum lagert mein Körper hier Wasser ein? Das hat ja auch wirklich nichts mit Kalorien zu tun. Also er hält Wasser zurück, um diese Säuren zu verdünnen, damit das Ganze nicht so aggressiv ist, zum Schutz der pH-Werte. Und er packt das auch so richtig ganz gezielt ins Fett, in seine Fettdepots. Weil er sagt, ich kriege es nicht ausgeschieden, zumal die Ausstellung meist noch unterdrückt wird, mit Deos und Cremes und so weiter. Dann sagt er, okay, dann schiebe ich dir das in deine Gewebe rein, insbesondere ins viszerale Fett und in die Problemzonen. Weil da habe ich die Speichergewebe und die nutze ich dann natürlich erstmal sowieso für Kalorien, für Fett, aber auch für die Schadstoffe. Und entsprechend weiß man, schon seit fast Jahrzehnten, von großen Studien her, also da hat man natürlich die Extreme dann getestet, wenn wirklich Übergewichtige und je stärker Übergewichtig, desto deutlicher ist dieser Effekt. Also wenn Übergewichtige schnell abnehmen, kann man im Blut unwahrscheinlich viele Weichmacher, Pestizide, Schadstoffe, Metalle, Schwermetalle messen. Die werden dann aus dem viszeralen Fett, aus den Depots wieder freigesetzt. Deswegen warnen auch etliche Ärzte, nicht ganz zu Unrecht, warnen sie vom Fasten. Was natürlich vom Prinzip her genial ist, weil ich sage, willst du auf diesen Müll, auf diesen Säuren, auf den Schadstoffen, willst du dort drauf sitzen bleiben, als wandelnde Mülldeponie oder willst du nicht irgendwann mal aufräumen, willst du nicht mal einen Ölwechsel machen. Und dazu ist das natürlich dann wirklich genial, aber ich muss mir bewusst machen, erstmal es geht richtig ins Gewicht. Es ist eine eigene Gewichtskomponente und das Abnehmen wird darüber natürlich auch ausgebremst, weil der Körper natürlich gar kein Interesse hat, an diese Schadstoffe dranzugehen, weil das Blut muss basisch bleiben, die pH-Werte müssen erhalten bleiben. Du sagst, viele nehmen überall ab, wo es halt nur um das Fett geht, das Gesicht ist schon eingefallen, überall ist es weg, aber die Problemzonen bleiben hartnäckig, weil der Körper sich sagt, nein, an die Schadstoffe gehe ich nicht dran. Und das ist mal die eine Bremse, die reingeht beim Abnehmen und die zweite Bremse ist, auch wieder Säure-Basen-Haushalt, da gibt es auch einen schönen Artikel zu, ein saurer Körper nimmt nicht ab, weil die ganze Fettverbrennung, die Fettsäureverbrennung sind ja Fettsäuren und die ganzen Zwischenstufen sind auch saurer Natur. Und das blockt er, das bremst er dann automatisch aus, weil er sagt, Entschuldigung, mein Blut muss basisch bleiben, auch in meinen Geweben, überall meine pH-Werte müssen erhalten bleiben und das sind Selbstschutzmechanismen, die dann zum Tragen kommen. Und er sagt, ich bremse die weitere Fettverbrennung jetzt hier an dieser Stelle aus, ja letztendlich das Blut muss basisch bleiben, geht es hier um mein Überleben. Okay, so wie du das beschreibst, das lenkt ja wieder auf einen ganz, ganz wichtigen Punkt im Verständnis der Menschen, dass unser Körper eben keine Maschine ist, du hast es eben in einem anderen Kontext auch schon mal angesprochen, sondern ein Organismus und ein Organismus ist intelligent, er hat eine inhärente Intelligenz und er weiß genau, was für ihn gut ist und was für ihn schlecht ist. Und wir können noch so sehr das bewusste Ziel haben, abnehmen zu wollen, wenn das mit anderen Zielen des Körpers nicht einhergeht, sondern konträr, nämlich das Ziel des Selbstschutzes zum Beispiel, des Selbstschutzes vor diesen Säuren, dann wird das nicht funktionieren. Genau. Schon mal sehr wichtig, weil ich das Gefühl habe, viele Menschen, die an das Thema Abnehmen rangehen, haben so einen mechanistischen Ansatz und denken, ja Mensch, ich muss doch nur hier auf der einen Seite was wegnehmen, dann muss es auf der anderen Seite verbraucht werden. Das reicht eben nicht. Jetzt ist ja der Schlüssel im Prinzip, dass ich den Körper dabei unterstützen muss, mit diesen frei werdenden Säuren klar zu kommen, also die Entgiftung quasi unterstützen muss. Ja, genau. Genau. Und das, da ist ja euer Konzept und dein Konzept an den Schlüssel dazu. Ja, das ganze Thema erforschen wir seit Jahrzehnten. Wir hatten letztes Jahr unser 40-jähriges Bestehen vom Verlag Peter Jenschura, das ist mein Vater, der hatte also diesen offiziellen Startpunkt wirklich gesetzt, mit der Gründung seines Verlages vor 40 Jahren. Vielleicht dazu ganz kurz noch, ich habe mich ja mit eurer Geschichte mal befasst, ihr habt da eine schöne Webseite, wo das sehr gut aufgeschlüsselt ist und es gibt in der Familie eine traditionelle Berührung mit dem Thema Drogerien und da ist auch dein Papa eingestiegen über dieses Thema, so wie es zumindest zu lesen ist, hat dann aber angefangen sich sehr intensiv mit dem Thema Stoffwechsel auseinanderzusetzen, hat da geforscht und glaube ich darüber auch sein erstes Buch geschrieben. Genau, also das ist, wenn wir in den Wurzeln, das ist gerade bei jetzt das Offizielle, nur dass man irgendwie, man weiß ja, offiziell seit 40 Jahren, weil drumherum erzählen kann man ja viel, aber das ist immer ein offizielles Datum und das Ganze geht zurück auf meine Oma mit ihrer wirklich, mit der ersten Drogerie, das kennen viele heutzutage nicht mehr, das hat eine Jahrhunderte Tradition, bevor man in die Apotheke ging, gab es früher eigentlich in jedem Ort eine Drogerie. Da war wirklich Jahrhunderte, bewährte Naturheilkunde, Kräuter, Tees, Pflanzen, alles was ich wirklich über Jahrhunderte bewährt hatte für die Gesundheit, das gab es alles in der Drogerie. Und richtig noch mit, aber mit Beratungskompetenz und so weiter, nicht wie man heute Drogerien vielleicht kennt, ich will jetzt keine Namen nennen. Also heute gibt es nur noch diese Ketten, diese Märkte, das ist natürlich überhaupt gar kein Vergleich. Also da steckte unwahrscheinlich viel Know-how, würde man sagen, aber diese ganze Erfahrung, alles was ich über Jahrhunderte bewährt hatte, das kommt daher und das hat mein Vater eben auch gelernt, Kräuter, Tees, Pflanzen, was machen die im Körper, was bedeutet das alles für den Körper und mit Kneip und Wickeln und das Ganze und ja, er ist dann immer tiefer eingestiegen und hat eben schon sehr früh erkannt, dass der Säurebasenhaushalt, das war damals schon absehbar, ein Engpass wird für unsere Gesellschaft und hat dann eben den Verlag gegründet, um die Menschen aufzuklären. Und ist dann, so wie du auch gerade gesagt hast, in den Stoffwechsel immer tiefer eingestiegen, hat dann gemerkt, Säurebasenhaushalt, der Engpass, den wir haben, der auf uns zukommt und mittlerweile ganz offensichtlich und hat dann elf Jahre später, als er dieses Körperverständnis hatte, dieses was machen die Säuren, was wir gerade so besprochen haben, die Ausscheidungsprobleme, Strukturverzehr und diese Ablagerungsprobleme, diese Verschlackung, als er das alles verstanden hatte, hat er sich eben mit beschäftigt, okay, wie kriege ich das jetzt wieder raus? Was heißt das? Ich sagte gerade mal, dieser Ölwechsel, wenn ich mal aufräumen möchte, was ich auch bei einer Fastenkur genial mache, dieses Entsäuren, dieses Entschlacken, das wieder rauszukriegen, was heißt das? Was bedeutet das letztendlich für den Körper? Was muss ich da beachten? Und er hat als erstmals diesen Dreisprung der Entschlackung erforscht, wo dann klar war, ich muss erst mal das, was ich da hartnäckig abgelagert hat, ganz gezielt aufspalten, da ganz gezielt die abgelagerten Säuren wieder rausholen. Wo wir gerade sagten, da hat mein Körper gar kein Interesse dran zum Schutz seiner pH-Werte. Deswegen muss ich das ganz gezielt da rausholen. Und die Natur hat uns alle Hilfsmittel eigentlich auch schon gegeben. Und ich denke mal, ganz, ganz viele kennen noch den Spruch auch, gegen alles ist ein Kraut gewachsen. Weil das ist jetzt Drogerie, Wissen Jahrhunderte bewährt. Da ging man halt vor ein paar hundert Jahren zu den klugen Frauen und sagte, ich habe Gicht, ja dann trinkst du den Tee. Ich habe Rheuma, trinkst du den Tee. Ich habe Nierensteine, trinkst du den Tee. Ich habe Wasser in den Beinen, trinkst du den Tee. Ich habe Hitzewallung, dann trinkst du den Tee. Gegen alles ist ein Kraut gewachsen. Und von daher sagen wir, Leute, hier spezieller Tee, spült da einfach mal richtig frei. Dann zum Schutz der pH-Werte muss das neutralisiert werden. Unser Körper hat die Puffersysteme. Er hat den ganzen Stoffwechsel zur Entsäuerung, zur Entgiftung in der Leber und so weiter. Was ja dann dahinter steckt bei diesem Wort Stoffwechsel, sind ja meistens Enzyme. Und die brauchen diese ganzen Vitalstoffe. Wir brauchen die Mineralstoffe. Aus dem Sporn wissen wir, wenn Magnesium fehlt, gibt es Krämpfe. Ja. Und so brauchen wir an x Stellen für unseren Stoffwechsel brauchen wir Mineralstoffe. Zum Beispiel, um sportlich zu bleiben, die Laktatdehydrogenase. Das ist das Enzym, was das Laktat unschädlich macht, sage ich jetzt mal, neutralisiert. Braucht zum Beispiel Zink. Wenn ich keinen Zink habe, weil ich mich schlichtweg schlecht ernähre, dann habe ich eine schlechte Entsäuerung. Und dann kriege ich natürlich die Probleme, die wir gerade besprochen haben, immer schneller, immer früher. Ja, so brauchen wir diese großen Mineralstoffe. Das ist eine Leistungswelt dann, weil der Fahrt sich so schnell aufbaut, dass der Muskel in null Komma nichts dicht macht. Wieder ein Schutzmechanismus für das Blut. Ja, alle wissen, der saure Muskel macht zu, weil das Blut muss basisch bleiben. Dann haut er mir da die Bremse rein. Genau. Also so brauchen wir da der zweite Schritt zum Entsäuern. Ganz viele Mineralstoffe, Vitalstoffe für meinen gesamten Stoffwechsel. Und an der Stelle reden wir auch über Regeneration. Ja. Und das ist auch Stoffwechsel und der braucht auch Material. Das heißt, an der Stelle mit der guten Ernährung schlagen wir zwei Fliegen mit einer Klappe. Wir sind besser am Entsäuern und unser gesamter Stoffwechsel der Regeneration kommt hier auch in Schwung. Und tatsächlich ist ja auch, wenn ich nochmal kurz auf das Thema Training, Sport dann reflektiere, die Wirkung, die positive Wirkung von Sport und Training findet ja tatsächlich genau in dieser Phase auch statt, in der Regeneration, nicht während des Trainings. Genau, genau. Und dazu aber auch für die pH-Werte. Und das ist dann auch der dritte Schritt von diesem Entschlacken, von diesem Ölwechsel. Also erstmal lösen, dann neutralisieren, regenerieren, Material. Und ich muss halt auch entsäuern, weil der Stoffwechsel halt auch pH-Wert gesteuert ist, so wie der Muskelstoffwechsel, so wie beim Abnehmen, so wie wir es besprochen haben, Knochenstoffwechsel. Ja, wenn ich übersäuert bin, Osteoprose, beziehungsweise wenn ich regenerieren möchte, brauche ich diese basischen pH-Werte. Und da sagen wir halt, okay, du bist nur verschlackt, weil du es nicht ausscheiden konntest. Das macht meinen Körper ja nicht zum Spaß, er will mich ja nicht ärgern. Es waren einfach zu viel Säuren, zu viel Schadstoffe, die er nicht rausbekommen hat. Leber, Niere, Darm, Lunge, Lymphe haben es nicht geschafft. Die Haut hat es schon versucht. Wir haben es nicht verstanden, wir haben es uns nicht zunutze gemacht, wir haben es unterdrückt. Und genau an der Stelle drehen wir den Spieß um und sagen, macht basische Körperpflege. Dritter Punkt zum Entschlacken, das Zeug muss raus. Ihr merkt doch schon, dass da richtig was raus will. Macht Fußbäder, macht Vollbäder, geht in die Sauna, macht Wickel, macht ein schönes Peeling. Das Ganze, ganz viele Kosmetikerinnen arbeiten damit, machen basische Anwendungen. Aber nutzt eure Haut als Ausscheidungsorgan, indem ihr eure Haut, indem ihr euch basisch pflegt und die Haut dadurch aktiviert. Wir haben jetzt so ein simples Fußball, wenn ihr sagt, nach dem Sport, ich begleite ja auch immer seit Jahren die Tour Transalp und Biketransalp. Wir haben wirklich mal so Richtung 1000 Sportler in einer Woche über die Alpen. Und im Ziel sagen wir mal so, erstmal ist das natürlich eine Kohlenhydratschlacht, das heißt im Ziel sofort Kohlenhydrate rein, Glykogenspeicher aufladen, so schnell wie es geht. Ja, weil die müssen am nächsten Tag wieder aufs Rad. Also gutes rein, Vitalstoffe natürlich auch rein, pflanzliche Vitalstoffe rein und Säuren raus. Das heißt, ich setze sie da in Fußbad, Internet ist voller Fotos, ich setze sie da ins Fußbad und dann an Füßen 90.000 Schweißdrüsen. Über die Durchblutung habe ich einen Gesamtkörpereffekt und kann schon über ein simples Fußbad genial entsäuern, bin viel schneller im regenerativen Bereich und schiebe dann die Kohlenhydrate nach und die Vitalstoffe nach und habe die Energie für morgen wieder. Also ja, das sind dann so die drei Schritte, um da wieder drauf zurück zu kommen. Lösen, neutralisieren, ausscheiden. Das ist der Ölwechsel und die Regeneration habe ich eigentlich dann inklusive. Ja, sehr gut. Jetzt haben wir ja über Vitalstoffe gesprochen und es gibt ja einen breiten Markt, was dieses Thema Vitalstoffe jetzt mal speziell anbelangt. Das ist der Markt der Nahrungsergänzungsmittel. Jetzt weiß ich, weil wir ja im Vorfeld gesprochen haben, dass ihr da einen anderen Weg geht, beziehungsweise ihr das ein bisschen differenziert betrachtet. Auch bei diesem Thema ist ja immer, ist ja wieder die Gefahr, dass wir es zu sehr simplifizieren. Also dass wir einfach uns auf die chemische Ebene zurückziehen und sagen, das ist doch klar, wir haben Mineralien, wir haben Vitamine, die machen alle was, dann müssen wir die jetzt ja nur in den Körper reinpacken, die können wir ja im Labor extrahieren, züchten, was auch immer und dann ist alles super. Ja. Das funktioniert aber so einfach dann doch nicht. Ja, da funktioniert schon irgendwie etwas von. Ich muss natürlich bei den Qualitäten unterscheiden von den Produkten. Aber viel wichtiger ist, das ist der zweite Schritt vom ersten, beziehungsweise der Schuss kann auch wiederum nach hinten losgehen. Aber eins nach dem anderen, also das Wichtigste ist erstmal, und da ist ein riesen Unterschied auch zu Nahrungsergänzungsmitteln, dass ich mir erstmal bewusst mache, wieder, wie habe ich mich über Jahrtausenden auf Basis dessen, was ich gegessen habe, entwickelt. Beim Schwerpunkt die Pflanze. Und wenn ich da genauer hinschaue, dann geht es natürlich um Mineralstoffe, aber um Mineralstoffe in einer bestimmten Balance zueinander. Ich darf jetzt, ja, die Natur gibt immer vor, dass der Schwerpunkt bei Calcium liegt und natürlich auch gut was an Magnesium kommt. Wir hatten gerade über Magnesium gesprochen. Und viele sagen ja, ah, ich bin Sportler, ich brauche unbedingt Magnesium. Und jetzt pumpen sie sich so vor in Magnesium, dass das Verhältnis zum Calcium nicht mehr passt. Und dann bekommen sie im Calciumhaushalt Probleme. Und so gibt es sehr, sehr viele Balancen im Körper, die ich da einfach beachten muss. Also ich sollte nicht mal eben kurz etwas hochdosieren, weil ich mir dann auf einer anderen Stelle, wo es in Balance zu steht, was abschießen kann. Ist mal der erste kleine Hinweis. Also ich brauche Mineralstoffe, ja. Und auf Basis von einer qualifizierten Blutanalyse bin ich auch dabei, wenn da ein riesen Defizit ist. Ja, bitte, dann tu natürlich was. Aber in erster Linie sollte mir das den Hinweis geben, dass ich mich schlecht ernährt habe. Also ich muss für nachhaltigen Erfolg ganz klar an meine Ernährung drehen. Und wenn ich den Schwerpunkt wieder bei der Pflanze setze, habe ich das Problem ursächlich und nachhaltig dauerhaft im Griff. Ja. So, das waren die Mineralstoffe. Dann wissen wir auch, wir brauchen Vitamine. Da ist ein sehr ähnliches Spiel. Ich kann auch da überdosieren. Natürlich brauche ich die. Und ein Defizit ist wie Geschlecht, wenn ich ein Defizit habe. Und das ist jetzt zum Beispiel im Winter für Vitamin D echt vorprogrammiert. Das ist in unserer gesamten Gesellschaft vorprogrammiert, weil wir nicht rausgehen, weil wir uns eincremen und ab Lichtschutzfaktor 10, das heißt die ganz normale Tagescreme, die eigentlich jede Frau benutzt und ab Lichtschutzfaktor 10 kommt da keine Sonne mehr durch und wir laufen sofort Gefahr vom Vitamin D-Mangel. Also das sind so Dinge, wo ich sage, ja, Leute, lasst das untersuchen. Ja. Und wenn ihr da ein Defizit habt, dann supplementiert das natürlich mit qualitativ hochwertigen Produkten. Ja. Also wir brauchen die Vitamine. Und jetzt kommt ein Riesenbereich, was ein Riesenunterschied ist zu Nahrungsergänzungsmitteln. Da hört es bei denen wirklich komplett auf. Ja. Ist der Bereich der sekundären Pflanzenstoffe. Da reden wir, Wissenschaft ist da relativ gesehen am Anfang, schon ein paar Jahre unterwegs, aber relativ am Anfang so über 250.000. Da sind Nahrungsmittel alle komplett draußen. Auch wenn von denen nur, ich muss selber relativieren, nur 5.000 bis 10.000 für uns relevant sind. Entschuldigung, die finden wir in keinem Nahrungsergänzungsmittel und auch nicht in den Verhältnissen zueinander. Und an der Stelle ist ganz klar die Pflanze, die natürliche Ernährung unersetzlich. Das ist immer die Basis für mein Haus. Ich brauche da nicht irgendwie mit einzelnen Mineralstoffen, Vitaminen etwas oben drauf zu setzen, wenn mein Fundament nicht steht. Und mein Fundament ist meine ganz, Entschuldigung, stinknormale, tägliche Ernährung, Frühstück, Mittag, Abendessen. Und das pflanzenbetont, ohne das kompliziert zu machen, das muss erst mal passen. Und wenn ich dann irgendwo Defizite habe, ja bitte, dann packe ich da was drauf, um die schnell in den Griff zu bekommen. Aber ich sollte den Hinweis ganz klar verstanden haben und ernst nehmen, dass ich meine Ernährung optimieren muss, weil die Pflanze mir so viel bietet, was ich über Nahrungsergänzungsmittel, wir haben es versucht für große Expeditionen, wir haben es versucht für Astronauten oben, Wochen, Monate lang im Weltall. Sie liefern mittlerweile den Apfel, die Zwiebeln und so weiter, weil wir ganz klar anerkennen müssen, da sind so viele Vitalstoffe in der Pflanze drin. Und da kommen ja auch noch so unnütze Ballaststoffe, die ich aber für meine Darmflora brauche, weil ich muss ja auch noch irgendwie verdauen, die brauchen ja auch noch was zu essen. Also ich bin ja nicht alleine hier unterwegs. Ich habe ja, sorry um das kurz anzusprechen, ich habe ja mehr Bakterien, Viren und Pilze in meinem Darm und auf meiner Haut und auf meinen Schleimhäuten. Ich trage ja mehr mit mir rum, als ich selber Zellen habe. Und die sind auch ganz wichtig zur Verdauung und so weiter. Und die muss ich auch ernähren. Also die Pflanze bietet mir, alleine mal Stichwort Ballaststoffe, die bietet mir so vieles, kriege ich mit Nahrungsergänzungsmitteln so nie hin. Jetzt habt ihr ja von Pejent Schura in eurem Portfolio auch Lebensmittel, also Pflegemittel, vielleicht wenn ich das mal so aufbreche, ja Pflegemittel, Anwendungsmittel und Lebensmittel, die ich verzehre. Ja, genau. Gutes rein, schlechtes raus. So, jetzt sind wir ja gerade, was das Thema Vitalstoffe anbelangt, eher im Bereich der Lebensmittel, also der Aufnahme. Ja. Und jetzt hast du ja schon sehr deutlich gemacht, was ich super finde, dass eine vernünftige Ernährung, eine pflanzenbasierte Ernährung im Wesentlichen das liefern kann. Das ist auch manchmal ja schwierig im Alltag. Also es gibt ja jetzt verschiedene Faktoren, die das beeinflussen. Ein Faktor ist natürlich die Qualität unserer Böden. Die Qualität damit der pflanzlichen Lebensmittel, die auf diesen Böden entstehen. Zweiter Faktor ist unser gesellschaftlicher Wandel, unser Alltag und die vielleicht Unfähigkeit, immer frische Lebensmittel auch tatsächlich, wenn ich sie brauche, vorbereitet und zubereitet zu haben, sodass deren Vitalstoffe auch noch erhalten sind vor allen Dingen. Ja, richtig. Ich vermute mal, dass ihr genau an der Stelle auch ansetzt mit eurer Produktpalette. Ja. Den Engpass hat mein Vater schon sehr früh erkannt. Zumal wir, sei es zum Entsäuern, sei es zum Regenerieren natürlich auch dann extrem Bedarf haben, wo es schwierig ist, dagegen anzuessen, sage ich jetzt mal. Aber wir gehen den Weg der Pflanze. Genauso wie du es richtig gesagt hast. Wir sagen, okay, die Qualität gibt es dort nicht her. Wir setzen dann natürlich auf Bio-Qualität. Dass wir uns einerseits die Schadstoffe sparen und die Düngemittel und so weiter und so weiter. Was ansonsten natürlich massiv eingesetzt wird, dass wir da nicht unnötig viel Schädliches reinholen. Stattdessen in einer guten Qualität und natürlich auch entsprechend Bio-verfügbar, sprich gut zu verdauen. Der Körper weiß, was da kommt. Hat keine Chemie, wo er sagt, das sind tolle Zahlen auf dem Papier. Aber ich weiß nicht, wie ich diese Chemie zu verdauen, zu resorbieren, zu transportieren habe, wie ich es in meine Zelle reinbekommen habe. Weil es ist nur mal Chemie teilweise. Und die Pflanze kennt er, der weiß ja genau, wie es läuft. Und deswegen gehen wir dann den Weg. Und was wir halt machen, um auf Menge zu kommen, ist, dass wir es halt trocknen. Und das ist so, wie der Bauer eigentlich seine ganze schöne Wiese in seine Scheune reinbekommt. Er macht Heu draus. Und wir sagen halt hier ganz gezielt, weil jede Pflanze hat was Typisches. Und wir haben über 100 Pflanzen und Pflanzenbestandteile schon getrocknet, fein zermahlen, sodass wir letztendlich einen Riesensalat auf einem Löffel haben. Und hier kann man sagen, okay, ich brauche die Nährstoffe, ich bin vielleicht leer gelaufen. Kleiner Aspekt da am Rande. Man kann das auch messbar machen. Stimmt, du hast ja gesagt, wo dann merke ich das? Kann ich das vielleicht messen? Also die Entmineralisierung, sage ich jetzt mal, dass mir Vitalstoffe fehlen, das kann man sehr schön messen. Viele Fitnessstudios machen das auch und viele Ernährungsberater und so machen das auch über den sogenannten Phasenwinkel. So ist der Begriff. Phasenwinkel mit PH geschrieben, gerne googeln. Der Phasenwinkel ist ein Indikator für den Ernährungs- und Trainingszustand der Zelle. Und der ist bei den meisten, Entschuldigung, heutzutage im Keller. Weil es gibt ja diese repräsentativen Umfragewerte. Wer isst dieses Five a Day? Das ist ja so die Empfehlung. Fünf Portionen im Schwerpunkt Gemüse und dann noch ein bisschen Obst dazu. Das machen mehr oder weniger 15 Prozent. Ist genau dieses gesellschaftliche Problem, was du aufgezeigt hast. Die Leute essen es schlichtweg nicht. Erstens, weil sie es nicht wissen, zu bequem sind, gesellschaftliche Entwicklung. Hin und her, sie essen es nicht. Entsprechend ist der Phasenwinkel total im Keller. Wir sagen, hey, jetzt müssen wir die auffüllen. Der Phasenwinkel muss wieder hoch. Die Knochen, die Depots müssen wieder aufgefüllt werden. Und der will auch noch entsäuern. Also an der Stelle hat er sogar einen dreifachen Vitalstoffbedarf. Und da sagen wir, hey, nimm das Pflanzenpulver, geh den Weg über die Pflanze. Wie du sagst, es ist ein ausgesprochenes Lebensmittel. Es ist der Riesensalat auf einem Löffel. Und da kommt morgens nochmal ins Müsli oder im Porridge, kommt nochmal ein Löffel obendrauf. Mittags, also ich bevorzuge da auch absoluten bunten Salat. Jede Pflanze hat was Typisches. Also schön abwechslungsreich sich ernähren. Und pack mir nochmal einen Löffel da drauf. Abends aufs Gemüse nochmal einen Löffel da drauf. Ja, mein Phasenwinkel ist über sieben. Meine Welt ist in Ordnung. Und Hochleistungssportler sage ich eigentlich, du solltest da ganz klar eine Acht vor dem Komma stehen haben, wenn du Hochleistungssportler bist. Viele bleiben auf der Strecke. Und das sehe ich dann auch im Phasenwinkel, weil die sind da dann, als Hochleistungssportler gesehen, sind die im Keller. Die sind leer gelaufen. Weil der Klassiker für Sportler ist so Spaghetti Bolognese. Die Spaghetti zum Verbrennen, ich brauche ja Kohlenhydrate und ich brauche ja Eiweiß zum Regenerieren. Und ich sage, ja, und wo war der Salat, wo war das Gemüse, wo waren die Mineralstoffe, wo sind die Vitamine, wo sind die sekundäre Pflanzenstoffe und ja, sie essen es nicht. Und da laufen die, da laufen die dann einfach leer. Der Motor läuft in dem Sinne ohne Öl. Der Stoffwechsel, also der Motor läuft ohne Öl. Ohne Vitage. Funktioniert nicht. Geht in den Keller. Die Verdrehung sieht man ja tatsächlich. Wenn ich ins Restaurant gehe und habe das, was eigentlich am wertvollsten ist, habe ich als Garnitur auf dem Teller. Das bleibt immer liegen. Ja. Und das ist doch schon mal ein schöner Tipp auch, ein praktischer Tipp. Bevor wir jetzt die Ernährung komplett neu erfinden, einfach hier umzugewichten. Einfach zu sagen, hey, es geht ein Salat vorne weg, der tut gar nicht weh. Und die Gemüseportion wird einfach nur größer. Und die Fleischportion wird einfach nur kleiner. Und beides wird qualitativ besser. Und dann haben wir es im Groben und Ganzen. Super Hinweis. Link können wir vielleicht auch reinpacken. Weil ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Das ist der offizielle Ernährungsleitfaden von Kanada. Die haben ein Bild gewählt. Ein Teller, der wirklich frisch belegt ist. Und wo man wirklich sieht, der halbe Teller ist erstmal voller Gemüse und ein bisschen Obst. Dann brauchen wir, weil so viel tun wir heute gar nicht mehr. Also selbst wenn wir trainieren, das ist nicht ansatzweise das, was die noch vor 100 Jahren geackert haben, damit was zu essen auf den Tisch kam. Also das dürfen wir auch gar nicht überbewerten, was wir heute da tun. Dann sagen wir, hey, wir brauchen ein paar Kohlenhydrate. Und da sind wir einfach nur qualitativ hochwertig, vollwertig. Und dann brauchen wir auch Aminosäuren, Eiweiß. Wenn wir es unbedingt brauchen, ein Stückchen Fleisch oder ein Ei oder hier, okay. Soll jeder sehen, wer glücklich wird. Dann aber bitte in einer guten Qualität. Sonst holen wir uns zum Beispiel gerade mit dem Lachs massiv Schwermetalle in den Körper hinein. Und mit denen, wenn das aus diesen Zuchtfarmen kommt, auch noch Antibiotika und die ganze Palette an Schadstoffen. Also das ist heute leider keine Empfehlung mehr wert, sondern nur noch Wildlachs, ja. Wegen Omega-3-Fetten und so weiter. Dann Wildlachs bitte, ja. Ansonsten kriegen wir das auch pflanzlich hin. Aber das ist auf dem Teller eine kleine Portion, weil das reicht. Zumal ja viele vergessen, dass in der Pflanze auch ganz viele Aminosäuren drin sind. Deswegen geht es ja auch pflanzlich. Weil in manchen halt, gerade in diesen Hülsenfrüchten, in den Erbsen, Linsen, Bohnen, da ist es halt hochkonzentriert drin, das Eiweiß. Und auf der FIBO sage ich das immer, weil auf der FIBO haben ja viele den Gorilla als Vorbild, tragen den auch auf dem T-Shirt rum. Und ich sage, Silverneck ist Vegetarier. Ja. Der macht seine Riesenmuskelberge, macht er pflanzlich. Stier, der Stier frisst nur Gras. Ja. Also da ist auch Eiweiß drin. Elefant, Wal und so weiter. Das sind alles Vegetarier. Ich will das so ein bisschen relativieren, dass wir uns bewusst machen, die Pflanze. Und selbst der Apfel hat noch Aminosäuren. Überall ist auch immer Eiweiß drin. Weil viele bei Eiweiß immer nur an das tierische denken. Und ja, aber das... Ich weiß, du sprichst mir natürlich auch, aber vor allen Dingen sprichst du unserer lieben Michaela, den der ein oder andere wahrscheinlich kennt und auch aus einem unserer Podcast-Folgen aus der Seele, die dieses Credo auch versucht in uns und in die Köpfe unserer Zuhörer und Teilnehmer und so weiter hineinzutragen. Ja, super. Also das mit der Bieranalyse, also mit diesen Messwagen im Fitnessstudio, die dann diesen Phasenwinkel anzeigen, das schreibe ich mir nochmal besonders auf den Zettel, denn wir haben in unserem Fitnessstudio hier nebenan, wir tragen ja ein eigenes Fitnessstudio, da haben wir das Gleiche. Und diese Auswertungen sind ja in Bezug auf Körperfett, Körperwasser und so weiter. Und ich weiß, in der Beratung der Mitglieder geht das immer stark in den Fokus und in den Schwerpunkt. Aber diesen Phasenwinkel, den erwähnt man dann kurz und sagt, der müsste ein bisschen höher. Da könnte man ein bisschen näher drauf eingehen. Einfach um das Vitalstoffdenken und das Ernährungsdenken der Menschen noch ein bisschen stärker zu beeinflussen. Sehr, sehr gut. Auf jeden Fall. Ja gut, Wasser und Fett, da gucken alle hin, weil das ist nun mal das Optische, das wird ja auch nachher sichtbar. Und der Phasenwinkel, der steht für meine Leistungsfähigkeit. Der steht darum, dass ich wirklich meine PS auf die Straße bringe, dass ich mir ein schönes Leben mache. Egal, gut aussehen ist so ein netter Nebeneffekt jetzt auch vom Säure-Basen-Haushalt. Das ist ein Nebeneffekt, den nehmen wir natürlich gerne mit und das Ganze macht auch eine schöne Haut. So bin ich auch zu dem Thema gekommen, weil ich meine Hautprobleme über ein Säure-Basen-Haushalt wunderbar in den Griff bekommen kann. Und Bindegewebe auch, du hast Spaß davon. Bindegewebe, ist ja auch wirklich ein Thema. Also Säure-Basen-Haushalt hat einen riesen Effekt letztendlich auf meine Optik, aber auch auf meine Lebensqualität. Und da ist der Phasenwinkel ein Indikator für, dass ich auch wirklich leistungsfähig bin. Nicht, dass das Auto schön aussieht. Ich habe einen schönen Oldie in der Ecke, aber der fährt nicht mehr. Da habe ich nichts von. Wir sind ja nicht zum angucken da. Wir wollen ja auch Spaß haben im Leben. So ist das. Sehr schön. Ja, Thema Wissensvermittlung. Das ist ja in diesem Kontext ganz wichtig. Und da habt ihr gerade bei Jens Schura ein sehr, sehr spannendes Projekt, was kurz vor dem Startschuss ist, so wie ich das verstanden habe, nämlich eure Akademie. Ja, das Ganze, wir sind ja seit 40 Jahren ist eigentlich so die Geschichte, worauf es zurückgeht und dann ein Flyer und noch ein Flyer und dann das Buch von meinem Vater, Gesundheit durch Entschlackung. Jetzt habe ich das Buch ausgebracht, Power statt Sauer. Das ganze Wissen geht weiter. Ich habe gerade die ganzen Anwendungen, die auch dahinter stecken, wo ganz viele Kosmetikerinnen, die das ja oder auch Physios und die ja merken, hey, hier im Gewebe, da passt was nicht. Die Haut, die versucht auszuscheiden. Also hier ist auch wirklich Handlungsbedarf. Es sind so viele Konzepte daraus hervorgegangen, aus diesem Körperverständnis, aus dem Wissen, aus den Erforschungen und aus den Erfahrungen, die wir da gesammelt haben, dass wir jetzt sagen, Mensch, wir brauchen diese Räumlichkeiten, um das einfach wirklich vermitteln zu können, erlebbar machen zu können. Aus dem Sport gibt es diesen Spruch, Skifahren lernt man nur durch Skifahren. Da kann ich mir 100.000 Filme anschauen und ich habe das alles verstanden, wie ich machen muss. Entschuldigung, wenn ich Skifahren können möchte, dann muss ich das lernen, dann muss ich das einfach tun. Ich muss Skifahren, um Skifahren zu können. Und diesen ganzen Säure-Basen-Haushalt, wenn ich das mal erlebt haben möchte, wie sich es für mich anspürt, wie ich auch damit arbeiten und gerade auch behandeln möchte, Gewebe behandeln möchte, regenerieren möchte und das ganze Riesenwissen, wir haben das jetzt angekratzt, das geht natürlich in ganz, ganz viele Details. Und ja, dafür die Akademie, um das Ganze greifbar, erlebbar, erlernbar zu machen. Hervorragend. Jetzt haben wir hier bei uns bei CyberConcept natürlich den großen Vorteil, wir sitzen genau wie ihr im wunderschönen Münster. Ja. Also quasi direkt um die Ecke. Wenn das also dann ins Leben gerufen wird, können wir mal gucken, ob wir nicht bei euch mal vorbeischauen und uns das ein oder andere an Wissen auch bei uns draufpacken. Wir haben ja ähnlich wie ihr auch das hehre Ziel und das Streben, alles was mit dem Thema Gesundheit und den Selbsthilfemöglichkeiten, um meine Gesundheit zu verbessern oder zu stabilisieren, all das zu verbreiten und an die Menschen heranzubringen. Wer weiß, vielleicht ergibt sich ja da in Zukunft irgendwie mal was, ein gemeinsames Projekt, das wäre ja eine spannende Überlegung. Ja, also ich glaube, es ist deutlich geworden, wie basisgebend dieses Thema Säurebasenhaushalt ist. Ihr als Unternehmen bietet Hilfestellungen an dazu, die einfach den Menschen die Möglichkeit bieten, in ihren Alltagsprozess dieses Thema hineinzutragen und sich damit auseinanderzusetzen und damit einfach verantwortlich, selbstverantwortlich auch umzugehen. Ja, genau so. Das ist sehr, sehr wichtig und in Zukunft, wie wir gerade besprochen haben, wird es sogar die Möglichkeit geben, da noch viel, viel tiefer einzusteigen. Die gibt es auch jetzt schon. Man kann natürlich die Bücher sich kaufen. Ja, wir werden hier in der Beschreibung unter dem Podcast sämtliche Links platzieren, sodass unsere Zuhörer auch finden können, was sie denn suchen und was sie begehren. Ja. Oder wer was ausprobieren möchte, packen wir auch gerne einen Link rein für kostenlose Proben. Ah, super. Wer mal sagt, Mensch, ich möchte mal so ein Testchen Tee trinken, ich möchte mal ein bisschen was Gutes essen, ich möchte mal ein Fußbad machen und da mal so ein bisschen rein spüren. Schön, schön. Ja, stellen wir gerne kostenlose Proben zur Verfügung, Infomaterial mal für einen kleinen Einblick. Klar, bei YouTube ist auch etliches. Also wir lassen, wann immer möglich, die Information gerne fließen, dass es erstmal ins Bewusstsein reinkommt, was alles dranhängt und wie letztendlich einfach das ist, dass man einfach nur sagt, ey, Glas Wasser, Tässchen Tee, einen Salat mehr, einen Spaziergang mehr, diese 10.000 Schritte am Tag für die gute Durchblutung und für meine Gelenke, für den ganzen Stoffaustausch. Dann regelmäßig den Sport obendrauf drei, vier Mal die Woche. Überhaupt kein Thema für den Körper. Also ich bin selber seit über 30 Jahren im Fitnessstudio, weil ich da so flexibel bin, weil ich immer, wann ich will, dahin gehen kann. Und aus dem Bewusstsein heraus, ich kann hier ganz gezielte Reize setzen, um selber erhalten zu bleiben. Einfach nur, um die Reize zur Regeneration zu setzen. Ja und letztendlich ist das so einfach. Abends mache ich noch ein Fußbad und dann habe ich da eigentlich den perfekten Tag. Und der hat Tragweite über die Jahre. Also meine Oma, die es nie wusste, vielleicht schöner Abschluss, Oma, wo das Ganze herkommt, 104 Jahre ist sie, ich sag mal, in dieser Philosophie geworden. Ich habe das natürlich auch echt erst im Nachhinein verstanden, dass die eigentlich alles richtig gemacht hat. Jeden Tag bewegt, einfach gut gegessen, weil sie nichts anderes kannte und der Mensch ist ein Gewohnheitstil und sie hat halt gut gegessen und ist in Bewegung geblieben und war sich nie zu schade, um mal anzupacken, um ihre eigene Hausarbeit zu bewältigen und war natürlich bei uns in der Drogerie. Es war ihre Drogerie. Bis weit über 100 ging Oma jeden Tag arbeiten bei uns in der Drogerie. Viele kennen die auch noch. Und die hat angepackt und hat da die Kartons und die Kisten geschleppt und ausgeräumt und alles das, was wir heute Kniebeuge, Functional Training und Gymnastik nennen, das hat die alles in ihrer Drogerie gemacht und in ihrem Haushalt zu Hause. Und das ist der Weg. Und so relativ simpel ist es schon, aber das Ding hat echt Tragweite. Sehr schönes Schlusswort. Du hast die Jahre angesprochen. Dieses Jahr zum Zeitpunkt, wo wir diesen Podcast aufnehmen, ist ganz frisch. Und wir wissen ja, die Menschen setzen sich zum Jahresbeginn immer hehre Ziele. Und dann ist dein Schlusswort jetzt gerade nochmal der richtige Appell, um alle darin zu bestärken, für ihre Bewegung, für ihren Sport, für ihre Ernährung und auch für ihren Säure-Basen-Haushalt die richtigen Akzente zu setzen. Roland, das war schön. Ich danke dir, dass du zu uns gekommen bist. Hat mir sehr großen Spaß gemacht. Ich hoffe, unseren Zuhörern geht es ähnlich. Ja. Danke Gleichfalls. Danke Gleichfalls. Ja, ich liebe das Thema. Ich fürchte, man merkt das. Und das Feedback seit Jahrzehnten. Also ich bin zu dem Thema gekommen, aus der eigenen Betroffenheit heraus und habe jetzt täglich gigantisches Feedback. Und von daher ist meine Welt natürlich wunderbar in Ordnung. Und täglich die Bestätigung, dass das ein ganz, ganz wichtiger Aspekt ist für unsere Gesundheit. Und wir schauen uns ganzheitlich anzugehen. Und unterm Strich kann ich nur sagen, bleibt basisch. Ganz genau. Und werdet nicht sauer. Ihr Lieben, ich danke euch. Wir danken euch für eure Aufmerksamkeit. Hoffen, das hat euch Spaß gemacht. Wenn ihr Anregungen habt, wie immer, schreibt uns an. In der Beschreibung unter diesem Podcast findet ihr wichtige und spannende Links. Ansonsten schaut euch gerne mal im Internet um. p.jentschura.de. Ist das richtig? Ich glaube, ja. Findet ihr auf jeden Fall. Da gibt es ganz, ganz viel Interessantes zu finden und zu entdecken. Wir wünschen euch selbstverständlich viel Gesundheit und Energie für all das, was euch vorschlägt. An neuen Zielen möglicherweise in diesem noch jungen Jahr. Und ich verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Tschüss, euer Tom. Alles Gute. Bleibt basisch. Tudor 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 Tud Vielen Dank. Vielen Dank.